Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Der Kapitalismus steht dieser Tage wieder heftig in der Kritik. Vielerorts werden Stimmen laut, dass es an der Zeit sei, ein neues System zu etablieren. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Julian Backhaus, der als Verleger für Wirtschaftsmedien und Autor des Buches Ego sich bereits intensiv mit dieser Frage befasst hat. Herr Backhaus, der Kapitalismus gilt als Konzept, das sich nicht festlegen will und auf egoistische Weise den eigenen Vorteil sucht. Er fördert, so der Vorwurf, die Ungleichheit in der Gesellschaft. Hat der Kapitalismus heute noch seine Berechtigung? Ja. Oder sind wir jetzt in einer Zeit angekommen, in der sinnvoller wäre, alle Mitglieder der Gesellschaft in den Fokus zu nehmen und vom eigenen Vorteil abzusehen? Nein. Und würden Sie nicht sagen, dass wir viele Probleme auf der Welt eben durch den Kapitalismus haben, wie den Hunger und die unzureichende Gesundheitsversorgung, besonders in Armländern wie in Teilen Afrikas und Asien? Nein. Vielen Dank, Julian Backhaus. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.